Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nimmerland, heute kam es zum Eklat, nachdem Peter und James ihre Geschenke ausgepackt haben und Peter den von ihm erwarteten Haken nicht erhalten hat, sondern James. Wir schalten nun rüber zu unserem Außenteam ins Nimmerland. Den Haken hab ich mir gewünscht! Das war ein Geschenk! Nicht mal du oder ich! Haken hab ich mir beschränkt! Das war's. Das war's. Das war's.